Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Schenker Schweiz AG im Pfungen. Mein Name ist Eleonora und ich durfte die internationale Speditionslogistik innerhalb von drei Jahren kennenlernen. Komm mit, ich zeige dir mehr. Wir Lernende rotieren jedes Semester und wechseln die Abteilung. Mir persönlich gefällt die Zollabteilung am besten, da ich mein Vernetzendenken anwenden kann und die Zusammenhänge verstehen muss. Das Zollwesen ist sehr komplex und besteht aus mehreren Aufgaben. Sobald die Rechnungen der Importabteilung zu uns kommen, erfassen wir diese im System. Bei spezifischen Zollfragen nehme ich mit dem Zollamt Kontakt auf. Zusammen mit den anderen Abteilungen ist das A und das O für einen reibungslosen Transportablauf. Hey zusammen, ich bin Davide. Ich mache meine Lehre als Speditionskaufmann hier in Aiken. Ihr habt gesehen, was meine Kollegen gefunden haben. Und jetzt seht ihr meinen Alltag hier in Aiken. Ich arbeite in der Inlanddisposition. Meine Tätigkeiten sind Aufträge erfassen, Kundenanvisieren, viel Kontakt haben mit ihnen und Labels auszudrücken für die Fahrer, damit sie die Ware belabeln können. Cool ist es, dass wir viel Lernende hier bei Schenker sind. Wir können uns immer gegenseitig helfen und haben immer Spass miteinander. So, jetzt hast du gesehen, wie vielfältig unser Job bei Schenker Schweiz ist. Ich hoffe, wir konnten dieses Interesse wecken. Und wenn ja, bewirb dich direkt bei uns. Deine height, Molt Clander Begrü gap 14 epoch 1 Drittel Drittel